Im folgenden zeigen wir euch, wie ihr EdoROM auf eurem Android-Gerät einrichten könnt. Für eine Installation benötigt ihr eine bestehende Internetverbindung, die ihr über eure mobilen Daten oder von eurem WLAN von zu Hause aus herstellen könnt. Außerdem muss euer Handy mit einer Tastensperre gesichert sein. Gebt die Seite uni-s.de in eurem Browser ein und wählt Student aus. In der Regel erkennt der Installer die Version eures Betriebssystems automatisch. Bei unserem Testgerät ist es Android 8.0 Oreo. Klickt nun auf den blauen Download-Button. Als nächstes müsst ihr euch die CAT EdoROM App herunterladen. Dafür könnt ihr die Links auf der Website verwenden. Entweder über den Google Play Store, Amazon App Store oder als direkt Download. In diesem Beispiel wird die App über den Google Play Store heruntergeladen. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, wechselt ihr wieder in den Browser. Klickt nun auf Weiter. Der Download des Installers startet. Öffnet die heruntergeladene Datei. Nun startet die CAT EdoROM App. Um das EdoROM-Profil einzurichten, klickt auf Installieren. Als nächstes werdet ihr dazu aufgefordert, eure studentische Benutzerkennung einzugeben. Gebt hier eure komplette studentische E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort ein. Klickt dann auf Installieren. Die automatische Konfiguration des EdoROM-Profils ist nun abgeschlossen. Seid ihr dann in EdoROM-Reichweite, geht ihr auf das WLAN-Symbol und klickt auf EdoROM, um die Verbindung herzustellen. Falls ihr Probleme bei der Einrichtung von EdoROM haben solltet, könnt ihr gerne während unserer Öffnungszeiten bei uns in der Benutzerberatung vorbeischauen. EdoROM-Profils ist in der Benutzerberatung vorbeischauen. EdoSys der Benutzerberatung vorbeischauen.